so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video und dazu in neun folge pokémon go und ja heute fängt ja der community day statt wenn mich die altzehnte community day und seit nachdem der richtig neuesten klassenfahrt wo ja auch jetzt seit dem neuesten gen 4 draußen ist ich verballer erst mal in bayern wegen bedica konnten es ja in der klassenfahrt jeden starter krallen sogar die zweite entwicklung also beziehungsweise die erste entwicklung zweite entwicklung ist ja dann das dritte stadium und ja von jedem kommt es die erste entwicklung weiterentwicklung sogar krallen und ja jetzt geht's hin wieder zu hause wieder weiter und ja wie gesagt community day heute mit tani und es wird richtig geil ich habe richtig bock auf einen shiny meter groß boah ich habe noch wirklichen meter groß ist wirklich richtig geil oder naja sind meter groß ausgesprochen wie auch immer auf jeden fall wissen wir alle richtig richtig geiles pokémon ich habe richtig richtig bock mit richtig gehypt auf den community day und habe richtig bock um shiny zu bekommen hoffentlich kommt es dann auch nicht und nicht so dass es jetzt wieder wie bei despota ist wo ich nur eins bekommen habe mal schauen wie es so läuft auf jeden fall würde ich sagen nach der ersten klassenfahrt würde ich sagen let's go mit dem community day so es geht drei minuten los ich habe noch kurz hier mich herum geschaut oder so da hinten noch ein haspi roge gegönnt ich habe jetzt nur eins gehabt aber ja war aber auch nicht so gut also ja höchstens für die bonbons noch habe auch eine sananabeere hingeschmissen weil es auch nicht so viele weh das ist das so ein community day da geht euch zwei minuten los lol das wird doch erst in zwei minuten losgehen hier ist einfach mal ein wildes tani ja moin kurz zum beginn des community day ist ja schon ein tani am start ey ich will mich nicht immer wieder melden halt der maul ok ja ah nee am start aber mega schlecht gut oh nein schlüpft wahrscheinlich nur müll wie ich es kenne e-release ganz okay wenn es einen guten ev-wert hat das hat es nicht wenn schon hervorragende werte dann ist schon für den arsch ich habe besser gesagt aber nur kp glaube ich oder angriff und hervorragende werte es sagt zwei kilometer eierinnen da kommt kann wesens ein shiny baby pokémon rauskommen ist aber sehr unwahrscheinlich im übrigen letztes emperio in oranienburg glaube ich auf den weg zurück auf den weg getroffen ein lindes elektrik oder war das im bus glaube ich auf dem rückweg keine ahnung ich glaube auf dem bus auf dem rückweg da habe ich einfach im lindes elektrik gefunden richtig nice sieht man auch nicht alle tage noch eine minute lang jetzt los hype is real vorgeschmack bekommen erst mal ein tage hier wild gefangen kleiner vorgeschmack aber ja jetzt will ich die massenhaften tage haben wir jetzt auch schon etwas früher losgegangen eine viertelstunde damit ich hier auch pünktlich in der stadt ankomme wenn es losgeht in der stadt gibt es halt einfach mehr ausgelöst also schon weg hallo 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 kann ich antippen hat der maul ich starte nochmal neu das ist ja mal ein geiler start gleich mal rausgeschmissen worden ey oder zumindest abgestürzt nicht rausgeschmissen wurde abgestürzt meine fresse ich mach mal weh dann auch sonst nervte mir die ganze zeit mit dem mit dem weh dann hier so darf ich es jetzt fangen jetzt darf ich es fangen ok ich sollte mal sanana beeren spielen weil ich hab noch nicht so viele bonbons und ich hab auch grad eine quest hier als sanana beeren verwenden aber ich glaub ich hab die eh fast fertig dann los bin auch noch nicht ganz da vier tagen geht noch geht besser wir sagen was wirklich damals weil wir sagen war es wirklich voll wirklich komplett nur wieder sagen da war es echt krass davon sind auch schon die ersten lockenbüse am start wir haben sich schon ein paar gekämpft und darauf gewartet bis los geht aber ich muss erst mal echt gerne in die stadt fahren und da muss ja auch kein erst mal erst noch hinkommen cmwp perfekt für eine sanana beeren egal ich werde trotzdem daneben scheißaus manchmal über den scheiß tarn hier so wenn du an mir gekommen wäre ey das wäre aber sehr wurscht 23,25 hier hab es fast braucht nicht mehr so lange da ist noch ein Mewtwo Raid findet bei allen 23 Minuten 36 Minuten statt aber ich glaube so langsam haben wir Mewtwo langsam mal weg ne da haben wir schon so viele Mewtwo Raids gehabt ich glaube langsam hat man auf die Schnauze voll gefallen ich zumindest langsam ich will langsam nächste legendäre Pokémon in den 5er Raids haben so also diese Questzone ist halt ne Celebi Quest da habe ich auch langsam ein Ende für Celebi ich bin jetzt bei 6 von 8 also nur nach hier das hier hier 6 von 8 danach kommt noch ne andere 3 Quest und dann kann man schon Celebi fangen zumindest erst beim Mew so das gibt es schon keine Salaader wir haben ja alter Schwede hier Questfall so dann schauen wir mal ich würd sagen aber jetzt fahr mich ein bisschen wieder ab ohne Aufnahme ich mach es ja seit dem Evo Community Day so dass ich halt so kleinere Aufnahmen zusammenschneide und das fangen wir noch und dann mal bände ich kurz die Aufnahme hier wäre Zanada wäre so perfekt aber ne ist nicht aber ne ist nicht so so dann ist der ne gerade eine richtige Armada hier gespawnt hier eins zwei drei noch einer komm shiny wenn ich hier nicht spawne dann ist er extrem selten sein komm schade dann werden alle mal hier gefangen ja schade geil da ist es sogar 629 ok ich glaub das entwickeln wir auch gleich zuerst gleich zuerst das wird gleich zuerst entwickelt der erste Metacross wird ein shiny Metacross sein also bämm gönnung ja ok hab ich genug Bonbons mhm ich hab ich genug Bonbons natürlich warte ist das sogar kein WP wir hatten einige mal einen für einen Shiny also weil ich 100 voll habe, wird sofort weiterentwickelt zu Metagross Shiny wie hieß es keine Ahnung Metang so hieß es das war geil kränkopfschuss und psychoschock ich weiß sogar nicht mehr was es als endgültige Attacke erinnert ich weiß jetzt wirklich tatsächlich nicht mehr ich kann mal kurz nachgucken steht ja in den Neuigkeiten drin ähm Sternhieb warte mal ist das eine normale Attacke Lockmodule erhalten also entwickler Metang zu Ende stunde Abschluss des Events um Metagross zu halten die die Starattacke Sternhieb beherrschen steht aber nicht danach ob es Ladeattacke oder Sofortattacke ist schade auf jeden Fall scheinen die Metang schonmal nice aus du zu freuen es ist gleich so ein noch einen Tarnhiel muss gefangen werden zur Feier des Tages gönne ich mir noch einen Rauch zur Feier des Tages wird auch gleich reingeschmissen So, wie gesagt, da fangen wir uns mal unser letztes Tarnier, dann können wir unser Shiny-Meta-Boss entwickeln. Oh, wow, wow, zwölig, alles klar, freu ich bei dir. Ich habe bisher nur zwei zwölig gesehen, beziehungsweise nur eins gesehen, eins getauscht durch Walli um den für den Pokédex-Eintrag. Und dann habe ich noch eins hier in Strahle-Sund gesehen und jetzt hier in Oranienburg, richtig chillig. Ich würde sogar sagen, dass es durch Rauch angelockt wurde halt. Besser seit angefro... Alter, geil, 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 mega. Das war noch ein Keifel. Das war aber nicht das, was ich wollte. So, jetzt gibt mir auch das... Oh, noch ein... Noch ein... ...Raspiror, sogar ein wetterverstärktes. Die Pär. Nummer 3. Wäre nice, wenn wir noch ein paar fangen können, dann können wir das gleich heute in den Videos jetzt noch zu Schlappohr weiterentwickeln. Ich behalte es mal trotzdem. Auf, wenn es richtig scheiße ist. Na, wo ist denn mein letztes Tarn-Hail? Mir fehlt echt wirklich nur noch eins, nur noch drei Bonbons. Dann können wir uns scheinbar die Meter groß entwickeln. Aber dieses eine Tarn-Hail brauche ich noch. Ach, wen geil willst du mich verarschen. Wen geil will mich trollen. Was gibt noch dir das Snubble her? Das nehme ich auch noch. Swinger kannst du sonst wo hinschieben. Ich habe keine Salana-Beere, ich krieg irgendwie keine. Danke. Danke schön. So, hau rein. Warte, erstmal. Warte, das kann ich ja nachfragen. Let's go. Da haben wir es. Bocke durch seinen Tragen. Da ist es, shiny Metagross. Patronenheb und Sternenheb. Ich weiß nicht, was das Bisschen Moveset dafür ist. Keine Ahnung. Aber wir können das vielleicht noch aufpowern. Wenn nicht, kriegen wir es heute noch so auf 3000. Mal schauen. 2000 nach Tod ist auf jeden Fall schon richtig nice. 樹melody und Sternenheb. Es ist glücklich. Das ist alles, ich weiß nicht. immer so kühl hier zwischendurch so Was? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020